Eigentlich müssen wir über den DAX gar nicht reden. Es macht nicht so viel Laune, aktuell auf ihn drauf zu gucken. Er hat ja Tolles vollbracht, er hat den Anstieg geschafft, neues Allzeithoch. Das ist ja die gute Nachricht. Seitdem ist er allerdings in einer Pause. Ich heiße nicht, wo er hin ist, aber zumindest mal die Käufer, die scheinen aktuell sich doch sehr zurückzuhalten. Kein Wunder, wir wechseln mal auf den amerikanischen Markt, der ist im Moment viel spannender. Kein Wunder, denn auch die Amerikaner sind nicht so richtig auf dem Weg nach oben. Im Gegenteil, es ging ja auch hier nach unten, wenn auch vorrangig, dass erst mal korrektiv aussieht, sogar recht deutlich korrektiv aussieht, wenn man das hier so mal anguckt. Das ist so ein typisches Korrekturverhalten, wenn ihr so einen Trendkanal zeichnen könnt, der auch noch relativ breit ist. Innerhalb dieser Bewegung ist möglicherweise mehrmals so hin und her geht. Das ist jetzt hier vielleicht nicht ganz so schön, wie ich es gezeichnet habe, aber ich denke mal, der Tenor ist nachvollziehbar. Natürlich könnt ihr auch versuchen, auf der Aufwärtsseite einen Trendkanal zu machen, was manchmal auch funktioniert, wenn man das mal so anguckt. Aber man sieht schon, dass hier die Bewegung, naja, also doch deutlich steiler ist als die Abwärtsbewegung. Das ist häufig ein Indiz. Häufig ist diese Bewegung auch breiter. Das ist jetzt hier nicht so richtig zu erkennen. Und hier gibt es häufig mehrfach Überschneidungen, während man hier vielleicht noch gerade so sagen kann, naja, gut, vielleicht jetzt auch nicht. Wollen wir es nicht überdramatisieren, aber das ist so ein Blick, auf den man da mal gucken kann oder was man vielleicht mal sich anschauen kann. Spannend finde ich allerdings jetzt noch besser als den S&P, wobei hier sieht es so ein bisschen ähnlich aus. Die Nasdaq. Der Nasdaq-Index ist hier gemessen am Future-Kontrakt im Moment insofern spannend. Wir hatten auch hier eine Abwärtsbewegung. Aber heute Nachmittag jetzt. Eigentlich hervorragend. Wunderschöner Schub nach oben. Das ist für mich ein Eyecatcher. Das ist so ein Ding, wo ich sage, ha, schön, dass ich sehe. Toll. Viele denken, oh Gott, das habe ich verpasst. Kann man sich aber auch gut merken. Immer wenn ihr den Eindruck habt, oh, jetzt habe ich da was verpasst, dann ist das eine Situation, die ich als Eyecatcher, als Blickfang sozusagen nutze, um zu sagen, hey, das ist eigentlich die Bewegung, die ich doch gerne habe. Nämlich eine starke Aufwärtsbewegung. Was wir jetzt brauchen, ist was Wackeliges runter. Ist das schon ausreichend? Unter Umständen ist das ausreichend. Ich mag es allerdings lieber, wenn es noch ein bisschen mehr Struktur hat. Das finde ich schöner. Ihr wisst, irgendwas zu maulen habe ich immer. Also noch lieber wäre mir, wenn er mir sowas hinbringt und wir dann dieses Zwischenhoch für einen Long Entry nutzen können. Das wäre dann jetzt eine Geschichte, das hier mit Gongschlag nochmal nach oben dann zu bekommen. Also mit Bestätigung. Wir haben dann hier vorne eine Bewegung. Wir haben die Korrektur. Und diese würde dann auch in diesen Bereich reinlaufen, 38, 20, 50, 61, 8, sowas in der Richtung. Und hätten dann eigentlich alle Voraussetzungen, uns triggern zu lassen, sobald der Kurs das Zwischenhoch überstößt, mindestens das nochmal zu bekommen. Der Vorteil ist, wenn wir das bekommen, überstößen wir auch gerade das. Also es besteht sogar eine gewisse Chance, dass dann, die Korrektur ist rum, wir sind fertig, es geht weiter. Das ist natürlich noch offen. Das ist nicht sicher, dass das passiert. Aber ich sage mal, wenn wir dieses Szenario bekommen, mindestens mal so diese 1 zu 1 Projektion, das wäre, wenn die Größenordnung, bitte jetzt noch nicht so ganz ernst nehmen, weil wir wissen ja noch nicht, wie groß die Größenordnung hier ist, aber das würde uns ungefähr 16.320 durchaus bringen können. Also ich glaube, das wäre etwas, wohin der Markt auch verdienterweise dann laufen würde in diesem Zuge. Also ihr seht, aktuell gute Chancen für die Aufwärtsseite. Was noch für mich fehlt, um es schön zu machen, ist dieser zweite Abwärtsarm, damit wir dieses Zwischenhoch bekommen, was wir als Trigger benutzen können. Also das fände ich natürlich besonders schön. Dann einfach die 1 zu 1 Projektion dieser Geschichte, was wir vorne hatten hier. Das nochmal hinten dran. Dann hätte man schon mal was. Es kann sein, dass ihr diesen Beitrag zu spät euch anguckt. Das ist jetzt im 5-Minuten-Chart. Es kann auch sein, dass das Ganze anders rauskommt, aber nutzt das Ganze als eine Idee, damit ihr solche Szenarien häufig beobachtet. Und wenn ihr sie seht, wenn sie ein klares Bild abwerfen, was sie leider nicht immer tun, aber wenn sie klar aussehen, dann nutzt das Ganze, denn dann kann man das mitnehmen. Also wenn das Bild so aussieht, kann man das mitnehmen. Es wird nicht in allen Fällen funktionieren. Einige sagen immer noch, naja, aber die Chart-Technik, da kannst du doch nicht wissen, ob die Zukunft nach oben weist oder nicht. Natürlich weiß ich die Zukunft nicht, ob die hochgeht oder nicht, aber ich kann zumindest sehen, welche Seite die stärkere sind, wo die besseren Marktteilnehmer, die intensiveren Marktteilnehmer sind. Und, was ihr ja nicht vergessen dürft, das ist unsere Gewinnseite. Unsere Stopp-Weite könnte zum Beispiel sich auf das Tief hier orientieren. Also ihr seht, wir haben gutes CRV. Ich muss gar nicht immer richtig liegen. Selbst wenn ich nur in der Hälfte der Fälle richtig liege, ach komm, selbst in nur einem Drittel der Fälle richtig liege, habe ich dann mit zwei Trades weniger Minus gemacht. Machen wir das mal hier so symbolisch. Das sind dann meine beiden Verlust-Trades. Weniger Verlust gemacht, als ich mit diesem anderen Trade positiv gemacht habe. Es heißt also, ich bleibe immer noch, bleibt ein Gewinn übrig, selbst wenn ich nur eine Trefferquote von 33 Prozent hätte. Also insofern, es geht nicht darum, dass wir die Zukunft lesen können. Es geht nur darum, dass wir die Wahrscheinlichkeiten damit auf unsere Seite bringen und das eben umsetzen. Das Ganze geht natürlich nicht nur beim Nasdaq. Das geht nicht nur auf dieser Zeitebene. Gleiches gilt natürlich später auch noch mal für die Indizes im großen Bild, zum Beispiel für den DAX, falls der hier mal so einen Rücksetzer macht. Das Gleiche gilt zum Beispiel für den Schweizer Marktindex. Wenn der Markt hier mal so ein bisschen runterkommt, merkt euch, dreiwellig ist häufig so ein Fall. Wenn ihr so eine Situation habt, das ist ganz häufig nutzbar für einen Anstieg nach oben. Ihr seht das hier im großen Bild. Hoch, einmal steil, dann A, B, C, runter. Und dann kann sich wenigstens ein bisschen was ergeben, vielleicht sogar noch deutlich mehr. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber dieses Szenario ist quasi immer das Gleiche und dementsprechend übertragbar. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag. Macht's gut.